Die Preise für Energie und Lebensmittel steigen. Bezahlbarer Wohnraum ist vielerorts nur noch schwer zu finden. Die Klimakrise spitzt sich weltweit zu. Sie bedroht Menschen und ihre Lebensgrundlagen. Viele möchten sich aktiv für Veränderungen einsetzen. Mit sechs Bausteinen für Klimagerechtigkeit zeigen wir, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammengehören. Durch die bedarfsgerechte Verteilung von Wohnraum lassen sich CO2-Emissionen verringern. Z.B. in einem Wohnprojekt mit eigenen Zimmern und geteilten Gemeinschaftsflächen. Auch Menschen mit weniger Geld wird die Teilhabe an Wohnraum ermöglicht. Und im Gegensatz zu Immobilienkonzernen werden mit einer gemeinwohlorientierten Genossenschaft keine Gewinne mit Mieten erwirtschaftet. Auch mit einer Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden in der Woche lässt sich ein maßgeblicher Beitrag zum sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft leisten. Bei gleichzeitigem Lohn- und Personalausgleich entsteht mehr Zeit für wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Z.B. die Versorgung und Pflege von anderen Menschen oder für politische Mitbestimmung. Eine gerechte Bodenpolitik schafft Raum für vielfältige Betriebe und Anbauformen. Boden und Wasser sind gerecht verteilt und die Produktion von Lebensmitteln findet unter guten Arbeitsbedingungen statt. So werden Tiere, Pflanzen und der Boden geschont. Auch bei den Themen Verkehr, Steuerpolitik und Energiepreise zeigen wir, eine sozial-ökologische Transformation ist machbar. Ein gutes Klima gibt es nur gerecht.